das wunder der göttlichkeit eine geschichte voller missverständnisse ich glaube nicht mahlzeit jsog 303 ist hier mit zurück und dann legen wir direkt mal los ja es gibt sehr viele videos und göttlichkeitsnerv aber ich habe mir mal überlegt das ganze etwas sarkastisch aber in zeitlinie bemessen anzugehen am 5 oktober 2019 2019 wurde der raid in der shadowkeep erweiterung freigegeben und nach kurzer zeit wurde die göttlichkeit ihr alle kennt sie mittels der rätsel abgestaubt nicht ein paar stunden nachdem viele content creator und gamer die knarre getestet hatten war klar das ding ist mega und gerade für krit also kritische treffer also die kugel die man erzeugt auf bosse und mehr unerlässlich zu sein scheint wir schreiben das jahr 2019 an dieser stelle nicht vergessen nun haben wir bereits 2022 und nicht einer in der community und des dev teams haben überlegt diese doch erheblich starke aber auch geile waffe zugegeben einem sogenannten nerv zu unterziehen warum auch dazu kommen wir aber etwas später versprochen dass natürlich ein entwickler der anders drauf schaut sollte jeden klar sein weshalb ich auch gegen das entschärfen der waffen an sich nichts habe warum auch was mich persönlich stört und das ist wirklich so sind die gesamten zeiträume und das kann ich genauer erklären schon als man die einsiedel der spinne also reklus ins spiel gebracht hat dauerte es wirklich jahre bis ein nerf angestrebt wurde erst nachdem diverse spieler das streaming als ihren hauptberuf ihr eigen nennen und andere von der waffe richtig genervt waren ja dann kam wie aus dem nichts ein nerf nicht falsch verstehen es ist wichtig die balance zu versuchen zu erreichen aber leute jetzt mal unter uns was passierte dann wirklich richtig salta krepo ein klasse destiny gamer streamer und speedrunner den ich sehr schätze hat mit seinem privaten post auf twitter zur göttlichkeit das erreicht was damals andere zur reklus erreichten für mich gilt es muss sinn machen und da wären wir schon an dem wichtigsten punkt kein mensch kein entwickler wartet so viele jahre also bei der göttlichkeit genau drei um hier genau zu sein bis man angeblich merkt dass da was nicht stimmt es ist schlichtweg unglaubwürdig es ist auch beschämend die community für so dumm zu halten während sich andere pro und andere wiederum kontra zur göttlichkeit aussprechen so ist mein ansatz hier wirklich ein anderer die mitte der zufall das timing ich selbst respektiere fast jede entscheidung seitens bungee da ich weder das spielentwickler noch habe ich die tools um zu überprüfen was da wirklich nicht stimmt also halten wir folgendes fest man braucht jahre um zu sehen was die eigens entwickelte waffe kann offensichtlich auch sollte erst als diverse spieler genervt sind geht man seitens der devs darauf ein obwohl man selbst dieses overpowered problem längst hätte erkennen müssen für mich ist es also also sind manche spieler dann nicht mehr so nennen wir es special so dass dann am ende wie bei diversen emblem diskussionen doch ein wenig arroganz durchs fenster scheint jeder von euch kann die videos dazu nachschauen als man recluse und divinity in dem fall die göttlichkeit ja nur englisch in jedem raid und mehr genutzt hat immer und immer wieder ohne jede kritik es soll keiner sagen er hätte es gleich gesagt nein wie im fall der göttlichkeit spielt man drei jahre noch mal wiederholt drei jahre und dann fällt auf einmal auf hey die ist mir zu stark wir reden hier bitte von der königsklasse also einem raid exo mit entsprechenden rätseln leider war es nicht die erste und nicht die letzte waffe oder rüstung es wird sicher so weitergehen da bin ich mir sicher klar es ist ein spiel und so aber es fällt sehr deutlich auf dass die abstände vom haben der waffe bis zum nerf so lang sind dass man den nerf ehrlicherweise also von entwicklerseite nach sagen wir mal fantasie zeit sechs sieben monate hätte entschärfen können oder nur passiert dies nie nicht weil man keine zeit hätte sondern kurz vor neuen dlcs oder wenn jemand bekannter aus dem von mir aus content creator lager oder woanders her dies nicht mehr reicht weil destiny angeblich zu leicht wird dann weiß ich auch nicht also ich finde es alter krepo klasse ist ja klar und mir kann der nerf wirklich egal sein aber wenn ich tausende raids gms und sonst was damit durch habe sollte ich mich als kritiker dann erst mal selbst hinterfragen was ich denn die letzten drei jahre meiner spielzeit darüber gedacht habe youtube und twitch als job verlangen sicher massig neuen content da sonst der gamer ist ja klar der konsument nicht mehr am ball bleibt der besucher wie auch immer das legitimiert aber niemanden auf seine nerfs so zu bestehen auch wenn man sie am ende meinte dass man es selbst so geplant hätte das identische argument gab es bei dutzenden nerfs und es ist bis heute immer der gleiche vorgang was wünsche ich mir also als spieler bitte bange bitte testet euer produkt so dass es sinn ergibt für alle die qualitätskontrolle muss gerade bei einem raid exo priorität haben da es in den meisten fällen doch der anlaufpunkt für jeden in der destiny community bedeutet außerdem soll jede idee aus der community doch gehört werden aber nicht so auffällig dass aus der so oft benannten beschriebenen streamer elite ist nicht meine meinung aber wird ja oft getextet da man sonst an reputation oder sonst was einbüßt wer drei jahre lang weg schaut und dann nervt nach sicher zwei dlcs kann nicht ernst genommen werden es erinnert mich immer an die heimlich heruntergetreten trop raten von anderen great exos die wir wissen dass alle ein zufallstrop sind und wir dann immer wieder diesen raid laufen müssen also 51 mal bei mir um atheon die recycle the wax mythoclass zu entlocken in der tiefsteinkrypte habe ich irgendwann aufgehört auf den raketenwerfer zu hoffen und es gäbe noch viele andere beispiele das beste beispiel aktuell ist das iga jetzt schwer drama erst als man es kraften konnte also gar nicht so lange her wurde es genervt encounter skippen geht klar schwur des schülers bis zum endboss ging vorher und auch nach dem nerf da bin ich mir sicher man wolle nicht nur alle anderen das ding kraften lassen habe ich das gefühl obwohl monate vorher fast alle der gleichen spieler die nerf sehen wollten in jedem raid es zum fliegen benutzen und auch immer noch benutzen jeder kennt das wallskate bubbleskate und 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 da sollte auch mal jemand ansetzen denn wäre der spuk auch zu ende wäre es für alle eine lösung des normalen gameplays jeder spieler kann auch ohne das schwert quasi unendlich fliegen anderes schwert benutzen geht auch und eine menge mehr es gibt echt eine menge zu tun aus meiner sicht dass man mit dieser meinung auch nicht immer freunde gewinnt hat auch salta krepo leider erfahren müssen aber auch er möchte zum beispiel keinen wallskate nerf zumindest soweit ich weiß warum eigentlich nicht weil auch er damit seinen content aufbaut question mark na ganz einfach es ist schon normal geworden durch die maps zu fliegen und erste zu sein ihr kennt das doch alles tutorials dafür zeigt und dies kann man leider nur auf fehlendes qualitätsmanagement seitens bungee zurückführen da wünsche ich mir mehr 100% erreicht man nie das weiß doch nun wirklich jeder aber es muss doch möglich sein auch mal zwei monate oder drei ohne hotfix auszukommen also bitte wie auch immer das game macht mir persönlich wie euch noch eine menge spaß aber das ganze top ten content creator whatever verhalten und bungees reaktion darauf sind auf die timeline gesehen einfach nicht mehr ernst zu nehmen mehr transparenz nicht casual gegen den pro ausspielen und andersrum keine drama nun nicht sondern bungee sollte als erstes anfangen anders zu denken und dementsprechend zu entwickeln wie wäre es mit einem eigenen fun modus wo man das skaten benutzt quasi ein super fun modus ein speedrunner event von mir aus aber außerhalb des normalen contents erinnert ihr euch an die srl da könnte man zum beispiel ansetzen egal das war es von mir bleibt sauber und nehmt nicht alles hier zu ernst jsog 303 ist raus freunde und ich wünsche euch was gutes bis dann wird dann bis dann bis dann